Was ist denn da los? Hallo Franz, Servus! Servus! Was tust du denn da? Na, spülen, spülen, spülen. Ah, ich weiß schon warum. Ja, schön, dass du es auch weißt. Jetzt ist es bald soweit. Willst du das sagen? Ja, ok, ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack. Miau! 2022 ist es tatsächlich soweit, dass wir schon 10 Jahre unterwegs sind. Auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und wir wollen das feiern mit einer Sau sein, mit einer DVD, mit einer Filmaufzeichnung von einem Auftritt. Das wird heuer passieren, wenn das dann alles passt und gefreien uns. Es wird sensationell. Ja. Ich freue mich auch. Im Jahr, jetzt schon. Ja. 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 Ja.